Guten Morgen, ich bin die Verrückte Ente und wir sind zurück bei Let's Play mit Township. Und, was machen wir heute? Wir wissen es nicht ganz genau, wir spielen heute einfach. Gucken mal, oh nein, oh nein, oh nein, da sind wieder Angebote. 40%, 30%, machen wir das, machen wir das nicht, wollen wir das, wollen wir das nicht. Ja, gucken wir mal, gucken wir mal, das werden wir uns später, ich meine, hier ist ja das Schöne, ja, ist auch Geld und so, aber hier wird man nicht so krass unter Druck gesetzt wie in anderen Spielen, wo dann steht, eine Stunde Nachdenkzeit und so. Gucken wir mal hier, ich habe einfach vier Tage Zeit, vier Tage Zeit zum Überlegen, na gut, will ich das machen, will ich das nicht machen und so. Das ist auf jeden Fall, denke ich, ganz gut. Das ist ganz gut. Da kann man nicht meckern. So, stimmt. Das heutige Thema von diesem Let's Play ist mein Levelaufstieg auf Level 72, der einfach schon ewig her ist. Aber, die Kaffeefabrik ist jetzt fertig und ihr wisst ja, ich liebe Kaffee und deswegen bin ich auch schon wieder so überdreht, aber das macht ja nichts, das mögt er ja. So, und auch hier unten dieses Haus, da fehlt einfach ein Presslufthammer. Come on. Da ist ein Presslufthammer. Ähm, wir tauschen das mal ein. Ich hoffe, da fehlt jetzt nichts anderes. Ich hoffe, da fehlt nichts anderes. Nein, es ist auch fertig. Oh mein Gott. Okay. Ähm, ich mache mal natürlich Screenshots, ne? Zack. Crazy Duck. Jetzt, ähm, werden wir das Ganze abholen, den tollen Leuchtturm. Oha, oha. Ja, können wir machen auch mal da ein Screenshot. Ich weiß noch nicht, was ich, ähm, am Ende irgendwie nehmen werde. Also müssen wir mal gucken. 690 Leute kommen dazu. Oha. Ja, 6 T-Cash. Sehr schön, sehr schön. Wir haben den Leuchtturm fertig und haben auch hier Häuser. Wohnkomplex. Oha. Ich glaube, das ist unser erster Wohnkomplex. Oder? Das ist mit das größte Haus, was wir bisher haben, ne? Kann das sein? Nee. Nee, die anderen sind auch relativ groß. Ja, gut. Ist jetzt nicht das größte. Ist aber auch auf jeden Fall ganz cool. So, gucken wir weiter, gucken wir weiter. Dankeschön. Liebes Township-Spiel, der mir diesen Barren gegeben hat. Dankeschön, Worldsdorf. Dankeschön, Headlake City. Sunshine, Britta, Vanessa, Lisa, Elke, Inas Stadt, Likes, Leas Dörfchen, Eva Paradise City, Katzenhausen, Mandy und Williamsburg. Danke an euch und ich, ja, muss jetzt mal hier, Elke macht auch immer, Eva macht immer, Inas Stadt macht auch immer, Britta macht auch immer und schon ist es wieder vorbei. Oh, was ist denn das für ein cooles Profilbild? Was ist das denn für ein cooles Profilbild? Das ist selten, ja. Und die Stadt. Ja, kann man machen. Ach, guck mal, der hat auch die Piraten-Sachen bekommen. Hm? Ja, kann man machen. Kann man machen. So, hier gehen wir raus. Hier gucken wir kurz rein. Oh, eine Ente. Ja, komm, wir gucken mal bei der Eva. Da können wir helfen. Ja, das war es ja schon. Da braucht es auch Hilfe. Ähm, da helfen wir jetzt einfach. Ihr würdet sich bestimmt wundern, weil, oder vielleicht merkt es auch gar nicht, weil wir haben dieses Produkt noch gar nicht. Also eigentlich könnten wir gar nicht helfen. Aber, gut, haben wir jetzt einfach mal gemacht. So, gucken jetzt hier rein. Das können wir auch machen. Dankeschön. Äh, Smallville. Und, Dankeschön, Eva Parada City. Tomaten haben wir auch fertig. Tomaten, das darf ich dir dann hören. So, Tomaten sind fertig. Kann man, nein, jetzt sagt bloß, fehlt eine. Ja, es muss ja eine fehlen oder so, ne? Ey, 100% eine Tomate, die fehlt. Und keine, da, 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 vier Tomaten. So, sehr schön. Jetzt können wir, ah, nein, nein, das interessiert mich nicht. Überspringen. Ich will, ich will das nicht. Ich spiele dieses Event nicht. Weg damit. Fui. Übrigens möchte ich euch was sagen. Wenn ihr irgendeinen Trick habt, bitte behaltet ihn nicht für euch, sondern sagt direkt mir Bescheid. Sagt einfach direkt mir Bescheid. Und ich werde daraus ein Video machen, damit die Leute diesen Trick auch nutzen können. Teilen ist schöner als nicht teilen. Deswegen sagt einfach direkt Bescheid, weil ich habe das mitgekriegt in der Facebook-Gruppe und so. Da gibt es wohl, es gibt wohl eine Facebook-Gruppe, da wird alles so geheim gehalten. Die Leute geben teilweise dann damit an. So, ich kann das schon. Und, ähm, geben aber nicht. Also, Leute, wenn ihr irgendwie so einen Trick habt, direkt mir auf Instagram schreiben. Und, ähm, dann werde ich das Ganze in einem Video erklären, damit alle Leute das auch nutzen können. Weil, ja, alles andere ist ja langweilig und, äh, ja, ihr wisst Bescheid. Einfach teilen, teilen mit der Enten-Community. So, wir sammeln jetzt hier noch die Sachen ein. Zack, zack, crazy duck. Farmpass, ja, dauert er jetzt erstmal wieder ein bisschen. Der letzte Farmpass, der größte Scheiß. Also, ehrlich, nur durch den Trick, nur durch den Trick, ähm, habe ich überhaupt was geschafft. Also, ganz, ganz schlecht. Ich will diese Tagesaufgaben wieder. Das, was jetzt war, war eine große Katastrophe. Ich habe auch gesehen, äh, dass sich ganz viel darüber beschwert wurde. Ja, es gab ein paar Fans auch, die gesagt haben, äh, das war richtig cool. Ähm, aber die meisten Leute feiern das überhaupt nicht. Und das kann ich auch voll nachvollziehen. Der Farmpass jetzt war ganz große Katastrophe. Und auch die Leute teilweise, die im Farmpass sonst immer fertig geworden sind, haben teilweise es weniger geschafft wie ich. Ne, die haben den Trick irgendwie nicht, konnten teilweise bei denen nicht funktioniert und so. Die haben weniger als ich teilweise. Und das ist, ja, das ist bitter. So, 5 Teacash holen wir auch hier ab. Und hier die Barren. Immer natürlich wieder fleißig barren, damit wir ein bisschen, äh, wieder aufleveln können. Ne, aufleveln ist immer gut. Und wir können sogar direkt aufleveln. In der Weihnachtsbäckerei. So. Jetzt machen wir auf Stufe 10. Ta-da-ta-ta. Nein, Stufe 10. Sehr nice. Sehr nice. So, ähm, jetzt kommen wir aber zum... Äh, zur... Zum, zur... Oh, ein Screenshot. Kaffeefabrik, ne? Zur Kaffeefabrik. Und, ähm... Ja, komm, wir öffnen. Wir öffnen. Tü-tü-tü-tü. Und jetzt können wir Kaffee machen. Und, ähm, wir können ja schon Kaffeebohnen können wir anbauen. Und okay, wir können tatsächlich bisher nur den Kaffee machen. Mit Zucker! Ich trinke doch schwarz. Oh mein Gott, welche Schande. Wie kann man denn Kaffee nur mit Zucker trinken? Aber ich sehe schon die Kommentare von... Von den, äh, ganzen Frauen. Hier, äh, im... Dings. Immer mit Zucker! Ja, nee, Kaffee immer, immer schwarz. Ne? Also, es geht gar nicht. Zucker in den Kaffee. Nee. Ich muss sagen, ich habe früher auch immer meinen Kaffee mit Zucker und Milch. Und aus gesundheitlichen Gründen, ja, weil, weil halt, äh, keine Kalorien und so, ne? Habe ich dann angefangen, schwarz zu trinken. Und ich muss zugeben, die ersten Male, oder die ersten Tage waren richtig schlimm. War auch so ein bisschen, bleh, ne? So, uuuh. Aber, man gewöhnt sich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich sag's, wie es ist, ne? Also, ihr gewöhnt euch an alles. Und, ihr habt mich so krass dran gewöhnt. Ähm, ja. Ist halt einfach so. Ist halt einfach so. Ich hab mich da sehr dran gewöhnt. Und gar kein Problem. So, die Eva hat Danke gesagt. Dann müssen wir auch hier, ähm, kann man machen hier so eine ganz coole, so. Ja. Ähm, was machen wir noch? Was machen wir noch? Ich weiß es nicht. Können hier mal reingucken. Das Event läuft ja. Und ich bin so ein Trotteli. Hab die erste Eventaufgabe natürlich direkt verhauen. So, wie es sein muss, ne? Ja, ja. Ähm, sieb... Oho. Oho. Hi. Nee. Also, das mach ich nicht. Alter, schwer. Siebzig. Oder das auch nicht. Nee. Ach, ich kann jetzt wieder Hubschrauber probieren. Aber das wird ja wieder nix. Ach, ey, komm. Zwei Tage. Ich mach das jetzt einfach. Ist egal. Ich hol, ich hol später nochmal Punkte nach. Guck mal, es kommt erst in, in neun Stunden. Also, morgen früh kann ich das abholen. Ja, das hätte ich nicht annehmen sollen. Ist zwar dumm. Aber am Ende des Tages habe ich immer, immer, ähm, noch einigermaßen Punkte geholt. Ne? Immer. So. Deswegen. Ja, auch wenn ich jetzt am Anfang total, ähm, Mist mache. Es wird gut. Es wird wieder gut. Ich verspreche es. So. Gucken wir mal eben hier. Marmelitschka. Marmelitschka machen. So. Dann hier. Ach, du lieber Himmel. Machen wir davon ein paar. So. Und Käse. Quäse. Haben wir nicht. Müssen wir Kuhfutter hier holen. So. So. Können wir auch hier Käse machen. Aber ich mache jetzt Sahne. Die mache ich eigentlich so selten, weil die zu schnell geht. Und ich gucke halt nicht so oft ins Spiel. Dass ich dann immer sage, na ne. Ne. Mache ich jetzt nicht, ne. Aber. Eigentlich müsste ich das. Ich müsste das wirklich. Und jetzt müssen wir auch neues Kuhfutter machen. Dann brauchen wir auf jeden Fall das hier. Und nochmal das. Und auch ein paar Karottis. Und auch ruhig noch ein bisschen Weizen. Für andere Sachen nachher. Gucke ich halt nachher nochmal ins Spiel. Ja komm. Wir schicken auch noch was weg. Schicken. Na cool. Eins. Eins. Ein Kuhfutter. Kann man machen. Ein Kuhfutter. So. Ich würde sagen. Wir sind. Soweit. Eigentlich. Mit allem. Durch. Ging ja. Heute relativ schnell. Ne. Wir sind bei 13 Minuten angekommen. Aber man muss ja auch nicht immer auf Krampf. Ähm. Überlänge machen. So. Hier noch. Und. Hiervon noch zwei. Hier machen wir auch noch was. Ich würde sagen. Ein paar Hüte. Und das war's. Ähm. Wir sehen uns dann. Vielleicht morgen schon. Ich weiß es nicht. Ich denke. Ich kaufe das hier. Ja. Ich kaufe das wahrscheinlich. Ein bisschen Teacash wieder. Ein bisschen Teacash ausgeben. Ich darf nur nicht dieses Glücksspiel wieder machen. Das ist für mich. Das war nicht gut. Das darf ich nie wieder machen. Das ist verboten für mich. Ne. Also. Oh. Ich habe bei Hubschrauber doppelt Geld noch. Und wie lange? Sieben. Acht Stunden. Ja. Ich weiß gar nicht. Warum ich immer so Sachen aktiviere. Ich nutze die gar nicht. Ich vergesse es einfach sogar. Ja. Sollte ich mal ein bisschen besser aufpassen. Gut. Ich bin aber jetzt raus. Wir sehen uns dann. Wahrscheinlich morgen. Nicht vergessen. Dem Video ein Däumchen nach oben zu geben. Tschüss.